Herzlich willkommen zu diesem Video zu IFRS 9, IFRS 9 Finanzinstrumente. Jo, ein nicht ganz einfaches Thema, um es nett, um es vorsichtig auszudrücken. Deshalb zunächst einmal hier in meinem roten Faden. Finanzinstrumente sind zunächst einmal definiert, gar nicht in IFRS 9, sondern bereits in IAS 32. Und im IAS 32 ist es so, dass in IAS 32 11 ein Finanzinstrument definiert ist als ein Vertrag, der gleichzeitig bei zwei unterschiedlichen Unternehmen zu zwei unterschiedlichen Geschichten führt. Nämlich bei dem einen Unternehmen zu einem Vermögenswert und bei dem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Verbindlichkeit bzw. oder zu einem Eigenkapitalinstrument. Das ist die Definition. Das heißt, wir haben es hier mit zwei Arten von Finanzinstrumenten zu tun nach IFRS 9, nämlich mit finanziellen Vermögenswerten bzw. finanziellen Verbindlichkeiten. Und da hätte ich doch mal ein schönes Beispiel, um hier zu diesen finanziellen Vermögenswerten zu kommen. Da möchte ich nämlich Ansatzausweisbewertung klären, so wie es auch Ansatzausweisbewertung natürlich bei den finanziellen Verbindlichkeiten gibt. Ansatzausweisbewertung anhand einer schicken Sache und zwar eine nette Aufgabe hier in diesem Online-Kurs zur internationalen Rechnungslegung. Nämlich Sachverhalt 1 im April 2021 hatte die hier bilanzierende X AG Aktien einer anderen Unternehmung, der Y AG, für 1.800.000 mit einer Halteabsicht erworben. So, das ist ja nett. Und am Ende des Jahres hatte sie die Anteile mit 1.850.000 Euro erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst. Der Kurswert lag am 31.12.2022 dann allerdings bei 1.920.000 Euro. Das heißt, wir haben hier drei unterschiedliche Werte, drei unterschiedliche Werte dieser Aktien, dieser Anteile, dieses Eigenkapitals und müssen dann mal gucken, was es denn hier damit auf sich hat. So, ah ja. Also, dann gehen wir dann doch hier wieder zurück in diesen schönen roten Faden. Wir sind ja offensichtlich bei finanziellen Vermögenswerten aus Sicht der bilanzierenden Unternehmung. Aus Sicht der bilanzierenden Unternehmung sind wir bei finanziellen Vermögenswerten und haben, wie gesagt, Ansatzausweisbewertung hier zu klären. Ansatz. Da ist es nämlich so, dass wir zunächst auch wieder in den IAS 32 gehen, finanzielle Vermögenswerte, bevor wir zurückkommen zur Klassifizierung nach IFRIS 9. So, der IAS 32.11. Da mal bitte reinlinsen. Man muss unbedingt hier das Ganze auch lesen, weil sonst versteht man das nicht. Also, es ist ja so schon ungeheuer aufwendig, diese ganze Struktur und so weiter bei den Finanzinstrumenten zu kapieren. Deshalb muss man da schon das Ganze hier mitlesen. Und zwar in dem IAS, in dem Stand 32, in Paragrafen 11, steht doch geschrieben, dass es unterschiedliche Arten hier finanzieller Vermögenswerte gibt. Nämlich finanzielle Vermögenswerte dann A, B, C, D. Und übrigens bei den finanziellen Verbindlichkeiten gibt es dann auch nochmal A und B. So, und jetzt ist die Frage, was ist es denn? Was ist denn diese Aktie hier bei den finanziellen Vermögenswerten IAS 32.11? Und die Antwort ist IAS 32.11a. Buchstabe A sind flüssige Mittel, das ist es nicht. IAS 32.11, Buchstabe B. Das ist es hingegen. Das ist es ja hingegen offensichtlich, weil wir ein Eigenkapitalinstrument eines anderen Unternehmens hier vorliegen haben. So, ein Eigenkapitalinstrument eines anderen Unternehmens hier vorliegen haben. Und also halten wir das mal fest. Das heißt also, in diesem Sachverhalt I, den wir hier besprechen, Ansatz, da ist es so, dass IAS 32.11a, Buchstabe B, bei den finanziellen Vermögenswerten dann hier zu erzählen ist. Finanzielle Vermögenswerte. Nicht Vermögensgegenstand, finanzielle Vermögenswerte. Da muss man natürlich auch mit HGB Deutsch und IFRIS Deutsch sehr, sehr aufpassen. So, das ist das eine. Das ist das eine, dass wir also in 32.11a dann hier gucken, wie ist es denn so. Und dann gehen wir zur Klassifizierung. Dann gehen wir zur Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte. Das heißt, nach dem IAS 32.11a müssten wir beim Ansatz der finanziellen Vermögenswerte gucken, was ist denn mit der Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte. Und das ist das eigentliche Kernproblem in meinen Augen dieser gesamten IFRIS 9 Geschichte. Nämlich, wie klassifiziere ich die finanziellen Vermögenswerte. Da gibt es drei Möglichkeiten, beziehungsweise, klingt so nach Wahlrecht, es gibt drei Arten, wie sie klassifiziert werden könnten. Und man muss sich natürlich für das Richtige entscheiden. Und das Ganze ist hier dann zu sehen in dem 9.4.1.1 oder 9.4.1.2 und so weiter und so weiter. Da gibt es also drei unterschiedliche Sachen. So, und wir sind ja bei den Aktien. Wir halten ja hier Aktien und müssen wir das Ganze zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten oder müssen wir es erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewerten oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert. Das ist eine Frage des Geschäftsmodells. Das Erste und damit 9.4.1.2. Das Erste ist, hat zur Zielsetzung die Vereinnahmung vertraglich festgelegter Zahlungsströme und zwar zu festgelegten Zeitpunkten, bestehend aus Zinszahlungen bzw. Tilgungszahlungen. Und das ist es ja offensichtlich nicht. Das ist es ja offensichtlich nicht. Ich kaufe mir ja eine Aktie nicht, weil ich dadurch einen Rechtsanspruch auf Tilgungszahlungen hätte oder auf Zinszahlungen. Das ist ja albern. Also das ist auch falsch. Nicht albern, es ist falsch. Insofern ist es nicht hier zu bewerten zu fortgeführten Anschaffungskosten. Die zweite Geschichte, nämlich erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert, ist es aber auch nicht, weil 9.4.1.2a ziemlich dasselbe redet, nur noch mit einer weiteren Voraussetzung, also hier auch No. Und deshalb müssen wir gehen zu 9.4.1.4. Ein finanzieller Vermögenswert, der nicht gemäß diesen anderen beiden Modellen da funktioniert, steht hier sinngemäß, ist erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Ist erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Bam. Und also sind wir in der richtigen Klassifizierung drin, die Teil des Ansatzes ist. Interessanterweise, und das ist das Blöde hier bei IFRIS, sind wir natürlich damit oder haben wir damit auch die Folgebewertung festgelegt. Nicht so sehr die Bewertung, sondern die Folgebewertung, nicht so sehr den Ausweis. Das heißt, im Ansatz legen wir uns auf die Folgebewertung fest. Und das ist so hier die Krux, die man dann an dieser Stelle hat. Das heißt, wir müssen noch aufschreiben beim Ansatz 32.11b und IFRIS 9.4.1.1. und IFRIS 9.4.1.4. Und das ist das Entscheidende. 9.4.1.4, weil 9.4.1.2 als auch 9.4.1.2 Groß A nicht funktionieren, weil das Geschäftsmodell nicht passt. Und deshalb sind diese Aktien, die ich hier kaufe, nach diesem Modell 9.4.1.4 anzusetzen, zu klassifizieren und damit natürlich auch der Folgebewertung zu unterwerfen, nämlich erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert. Also das ist die gesamte Geschichte hier zum Ansatz. Und was es dann damit auf sich hat mit Ausweis und Bewertung, insbesondere dann auch Erst- und Folgebewertung, werde ich in weiteren Videos erzählen. Das heißt, die Krux, die große Krux liegt in dem Verständnis, welches Finanzinstrument liegt vor, welcher finanzielle Vermögenswert, wenn es sich um welche handeln sollte. Und der Kern des Ganzen, worum das Ganze sich dreht, ist das. Ist der 9.4.1.1, gefolgt von 9.4.1.2. Zu fortgeführten Anschaffungskosten oder 9.4.1.2a, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert oder 9.4.1.4, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert. Das heißt, diese drei Geschichten der Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte sind entscheidend. Darum dreht sich hier der IFRIS 9. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.